Für Raspberry Pi-Einsteiger war dieses Werkzeug hier lange das erste Mittel der Wahl, um das Betriebssystem auf den Raspberry Pi zu bekommen, damit man den einrichten kann. Gemeint ist Noobs, was nichts mit Anfängern zu tun hat, das Kürzel steht für New Out-of-Box-Software. Obwohl Noobs ziemlich nützlich war, ist es vor kurzem ziemlich leise von der Bildfläche verschwunden. Daher werfen wir in diesem Video einen Blick darauf, was mit der Software passiert ist und welche Alternativen es heute gibt. Um zu verstehen, warum es Noobs überhaupt gibt, müssen wir erst uns anschauen, wie die Installation von Betriebssystemen auf einem Raspberry Pi oder auf einem Platin-Computer generell funktionieren. Bei den normalen x86-PCs ganz einfach, wir laden ein ISO-Abbild von einer DVD oder CD herunter auf einen bootbaren USB-Stick und das funktioniert mit jedem Computer, egal ob das Asus ist, Lenovo, HP, überall kann ich davon booten. Es kommt ein Assistent, den schließe ich ab, dann habe ich ein vollwertiges Betriebssystem, wie zum Beispiel GNU Linux oder auch Microsoft Windows. Möglich machen es Standards wie BIOS und UEFI zum Beispiel, die haben sich bei den einen Platin-Computern noch nicht durchgesetzt. Daher braucht jedes Modell von einem einen Platin-Computer ein eigenes Abbild eines bestimmten Betriebssystems, wo dann zum Beispiel Treiber für diesen speziellen Computer enthalten sind. Die Abbilder sind dabei keine Installationsmedien, sondern eher ein Spiegelbild von einem kompletten Betriebssystem mit allen Daten. Üblicherweise wird daher dieses Abbild direkt auf die Speicherkarte von Raspberry Pi übertragen, dann kann der davon booten. Um das Abbild auf die Speicherkarte zu überspielen, braucht man einen weiteren Computer, das heißt im Gegensatz zu x86 PCs konnte sich ein Raspberry Pi nicht selbst installieren. Insbesondere für Einsteiger und Windows-Nutzer war das schwierig, weil Microsoft die notwendige Software nicht mitliefert. 2013 wurde daher Noobs als offizielles Installationswerkzeug veröffentlicht. Es hat gewisse Ähnlichkeiten mit einer Art Installationsassistent. Es wird als Preboot-Umgebung direkt von Raspberry Pi gestartet. Dort kann ich dann auswählen, welches Betriebssystem möchte ich auf meiner Karte installieren oder auch Einstellungen von der Firmware oder dem Bootvorgang vom Betriebssystem ändern, wenn es nicht mehr startet. Diese Art Notfallmodus kann noch mehr, zum Beispiel auch einen Browser aufrufen, wenn man keinen zweiten Computer gerade zur Verfügung hat und irgendwas nachgucken muss, wo man zum Beispiel Fehlermeldungen bekommt und nicht weiter weiß. Auch ein Bootloader, der Multiboot unterstützt, also mehrere Betriebssysteme auf der gleichen Karte, ist vorhanden. Es rüstet also verschiedene Möglichkeiten nach, die bis hin neu beumwäge oder gar nicht möglich waren. Noobs war daher viele Jahre lang der empfohlene Weg für Einsteiger. Es wurde sogar von vielen Unternehmen auf Speicherkarten vorinstalliert verkauft, sodass man direkt die einstecken und loslegen konnte, ohne die noch bespielen zu müssen. 2020 wollte man beim Raspberry Pi jedoch einen Schritt weiter gehen. Um das Überspielen der Abbilder einfacher zu machen, entstand der Raspberry Pi Imager. Den werden viele von euch kennen. Ich habe ihn auch schon in mehreren, vor allem Einsteigerbeiträgen, vorgestellt. Auch die erweiterten Funktionen, wie zum Beispiel das Vorkonfigurieren, der geht technisch allerdings ganz anders vor. Hier entscheidet ihr am Computer, welches Betriebssystem oder welches Abbild vom Betriebssystem soll heruntergeladen, entpackt und auf eure Speicherkarte überspielt werden. Der Raspberry Pi, der bootet bloß noch davon. Dort habt ihr keine Wahlmöglichkeit mehr. Sollt ihr ein anderes Betriebssystem drauf, müsst ihr wieder zurück an den PC oder Laptop und das Ganze mit dem neuen Betriebssystem wiederholen. Eine kurze Zeit lang existierten Imager und Noobs parallel. Das heißt, man hatte die Wahl, möchte ich ein bestimmtes Betriebssystem auf die Karte übertragen oder eben Noobs mit mehr Möglichkeiten. Doch im Februar 2023 entschied man sich beim Raspberry Pi dafür, Noobs einzustellen. Die Software wird nicht mehr unterstützt, auch nicht mehr weiterentwickelt, von der weiteren Nutzung wird daher abgeraten. Doch ist der Imager wirklich eine gute Alternative für Noobs? Ja, aber auch nein. Das kommt drauf an. Der Imager ist mehr auf den Nutzer zugeschnitten, der sich sagt, ich habe hier ein Betriebssystem, ein Raspberry Pi OS, das möchte ich darauf installieren. Dabei bleibe ich, da möchte ich jetzt nicht so viel rumspielen, rumändern, zumindest nicht bei der Wahl meines Betriebssystems. Das ist auch vollkommen legitim, wenn der Pi einem bestimmten Zweck dienen soll, zum Beispiel OpenELEC oder sowas. Der Imager hat jetzt zwar weniger Funktionen, aber die braucht ihr bei dem Beispiel meistens dann gar nicht. Es reicht, wenn ihr euer gewünschtes Abbild am PC herunterladet, hat sowieso jeder am PC-Laptop daheim, überspielt das, dann läuft der Raspberry Pi und wird entweder direkt benutzt oder zum Beispiel aus der Ferne per SSH. Noobs bietet hier mehr Flexibilität, schon weil das Aufspielen vom Abbild direkt am Zielgerät erfolgen kann. Es bringt ihn etwas näher an x86 Niveau heran. Es braucht zwar immer noch Dutzende angepasste Abbilder, aber zumindest die Installation verlagert sich mehr auf das Gerät, weg von einem zweiten PC. Neben diesem Grundsatzunterschied gibt es aber noch mehr Funktionen, die der Imager gar nicht bieten kann. Das fängt an bei Multiboot. Ich kann mit dem immer bloß ein einziges Betriebssystem auf einer Speicherkarte nutzen. Wenn ich da mehrere haben möchte, müsste ich mehrere Karten nehmen und die dann immer auswechseln. Weil der Raspberry Pi im Gegensatz zu x86 PCs immer noch kein BIOS oder UEFI hat, kann ich dessen Firmware-Einstellungen nur aus einem laufenden Betriebssystem heraus ändern. Generell hat hier Noobs in Richtung Fehlersuche mehr zu bieten. Glücklicherweise ist in der Welt freier Software kaum etwas alternativlos. Es gibt sogar mehrere Möglichkeiten, was man jetzt weiter nutzen kann. Für die Installation vom Betriebssystem direkt am Raspberry Pi gibt es zum Beispiel die Netzwerk-Installation. Die habe ich schon mal 2022 vorgestellt, damals noch Beta, mittlerweile in der stabilen Firmware enthalten. Das ist eine Art Imager, der direkt vom Raspberry Pi bootet als Live-System. Da kann man dort sich ein Betriebssystem auswählen, runterladen und auf die Karte überspielen. Doch es gibt mehrere Einschränkungen. Erstens geht es hier nur um die Installation direkt am Pi selbst. Weitere Möglichkeiten wie zum Beispiel Multiboot oder Fehlersuche werden für Netzwerk-Installationen nicht angeboten. Außerdem gibt es die Funktionen zum jetzigen Stand immer noch nur für den Raspberry Pi 4, nicht für den Ende 2023 erschienenen Nachfolger Raspberry Pi 5. Zum Glück ist Noobs quer-offene Software, daher hat sich eine Abspaltung in der Community gegründet, die nennt sich PIN und steht für PIN is not Noobs. Die Code-Basis basiert auf Noobs und hat daher einen Großteil von dessen Funktionen übernommen. Die Open-Source-Gemeinschaft hat PIN auch zum Beispiel auf den Raspberry Pi 5 portiert. Das läuft ja mit Noobs nicht mehr, weil das Ganze schon vor dessen Erscheinen eingestellt wurde. Im Detail haben sich hier ein paar Konzepte geändert, es sind auch neue hinzugekommen. Auf den ersten Blick fällt zum Beispiel auf, dass viel mehr Betriebssysteme hier aufgelistet werden, deswegen hat man die wahrscheinlich auch zur besseren Übersicht in Kategorien wie zum Beispiel Spiele, Werkzeuge, Multimedia und so weiter eingeteilt. Auch Multiboot ist erhalten geblieben, wer also mehrere Betriebssysteme auf dem gleichen Datenträger installieren möchte, der ist hier richtig. Theoretisch könntet ihr auch sagen, ist mir egal, ich nutze Noobs einfach weiter. Das ist keine gute Idee, weil die Software auch mit älteren Raspberry Pis nicht mehr so 100% funktioniert. Bei meinen Tests gibt es gelegentlich mal Fehlermeldungen, da sind teilweise anscheinend Server nicht mehr erreichbar, die von der Raspberry Pi Organisation betrieben wurden für dieses Werkzeug. Spätestens mit neueren Modellen ist hier Schluss. Ich hatte es ja vorher erwähnt, da muss man eigene Abbilder machen, die die neuen Geräte explizit unterstützen. Das wird bei Noobs nicht mehr geschehen, weil es eingestellt wurde. Aus heutiger Sicht war Noob seinerzeit durchaus voraus und brachte verschiedene Funktionen, wie sie ähnlich unter x86 schon seit Jahrzehnten Standard sind, zumindest im Ansatz zum Raspberry Pi. Doch beim Raspberry Pi entschied man sich 2023, darauf keinen Fokus mehr zu setzen, sondern beim ARM-Sonderweg zu bleiben, einen zweiten Computer am besten, wo man die Karte bespielt, dazu eben bloß noch eingeschränkt die Netzwerkinstallation. Warum? Darüber kann man bloß mutmaßen. Fakt ist jedoch, zum Glück wurde Noobs nicht proprietär entwickelt, sodass es mit Pin eine Alternative gibt, die weiterlebt und das Projekt im Wesentlichen weiterführt. Kanntet ihr Noobs? Habt ihr es genutzt und habt ihr gemerkt, dass es vor einiger Zeit verschwunden ist? Oder flasht ihr lieber eure Abbilder selber mit DD? Schreibt es mir gerne auf uLabs.de ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020